hallo und willkommen heute zu einer ganz neuen folge und zwar heute spielen wir kapitel 17 episode 4 ja was vor allem passiert jetzt war schlimm wenn der schack der wurde von zwei Jahren gegriffen was eigentlich scheiße ist aber gut wir haben keine andere wahl und wir sind mitten in einem bunker soweit ihr es weit und wie es gesehen habt gibt hier jeder männer essen und betten interessanter zeigt wir wissen nicht ob jemand hier wohnt aber ich glaube wir können schon damit anfangen gut schauen wir mal über essen an ja aber sie sind tot und dort klub den die aber auch nicht okay wir gehen rein okay leute ich bin aufgeregt ich bin keiner das könnte ich auch fragen ich kann dir die gleiche Frage du hast uns gegriffen und ich bin derjenige die Schraube also ich werde dich wieder fragen wer bist du schau ich bin sorry ich habe dich verurte ich werde einfach gehen du kannst ihn nicht verlassen er ist von Crawford wenn er zurückgeht und sie finden, dass wir hier sind sind sie von Crawford? sie sind nicht lie zu mir ich weiß woher kann er ihn be gone? everywhere else around hier ist dead ich denke du besser starten ich bin nicht von hierher ich bin von Athens grew up in Macon ich habe ein Bruder in Macon du war da? wie war es? als bad als hier? ich bin sorry du kannst ihn verurte, bernon du kannst ihn nicht verlassen was du willst mir tun? shoot ihn in die Hände? ja, die sind richtig, bernon wirst du tun, wenn sie hier sind wir hier stehen wir hier, unter den Fett verdammt du bist ich bin sorry, Freund ich kann nicht den Riesk ich bin von Crawford aber ich sehe, was sie getan hat da macht mich krank ich bin nicht wie sie und ich glaube, dass du auch nicht ich glaube, dass du ein guter Mann keep zurück oder ich versuche, ich schreue Es ist alles gut. Es ist okay. Vernon, was du machst? Vernon! Relax, ich bin nicht hier für dich. Du bist wirklich nicht von Crawford? Nein, ich bin wirklich nicht. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir haben angefangen zu schützen. Wir sind nicht der Sick, der der Osten. Damit die perfekte Survivor-Societie nicht zu befreit werden. Kein Raum für Schwierigkeiten oder Wunderbarkeit in der kleinen Masternrace. Du siehst nicht so alt, also... Du bist schick? Wir sind schick. Wir sind alle Mitglieder der Kanzer-Survivors-Gruppe, die hier in der Krankenhäuser befinden. Wir sind in Reimission. Aber das war nicht gut genug für Crawford. Sie haben uns bereits fünf davon abgestellt, bevor die restlichen Menschen zu holen, und sie schicken von ihnen hier. Dieses alte Basement ist seit Jahren verabschiedet. Was ist das? Der Morgue? Ja. 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 Hier werden die Leichen gekühlt oder gebrannt. Wie hast du deinen Weg nach unten gefunden? Walker, wir suchen ein Boot. Meine Gruppe und ich waren auf dem Riefer, für ein Boot. Jetzt, ich will einfach raus und ihn wieder finden. Das System des Stadens, die du durchbringst, läuft all über die Stadt. Es wird dich woher, wo du willst. Okay. Ich komme schon allein. Kannst du mir den Weg zeigen? Danke. Ich denke, ich kann mich selbst herausfinden. Verne, du kannst ihn nicht einfach rausgehen, sondern du? Die Stadens sind wie ein Maze. Er hat keine Chance für seine Weg nach unten ohne einen Mann. Du kannst nicht rausgehen, aber wir haben alle unsere eigenen Probleme. Die zwei unserer Gruppe sind sick und brauchen constantes Wettbewerbs. Und ich bin der einzige Doktor hier. Oh, ah. Besides, warum sollte wir dir helfen? Wir können uns nicht helfen. Wir können uns nicht helfen. Look, sorry if I scared you. I just want to get back to my people. Back to Clementine. She's your daughter? No. She lost her real parents. I'm doing what I can. You're not seriously considering going with him. It's all right, Bree. I had a daughter too. Lost her in the first days. Ja. Mach halt nichts besser als Lügen. If I just sit back and let that happen to someone else. We need you here. Don't worry. I'll be back before you know it. Let's go. Dürfen wir dem Arzt vertrauen? Ich bin nicht sicher. Sieht irgendwie komisch aus. Ich meinte Licht Hinterhalt. Ich verstehst, was ich meine. Ja, die arme V. Aber was können wir machen? Okay, Leute. Das Abenteuer beginnt. Hoppen wir, dass wir den Leuten trauen dürfen. Und wenn das gelogen wird, dann ist es schade. Okay, wir gehen zurück in unser Haus. Clementine? Clem? Hey, wo ist Clem? Molly? Oh, hey, du hast es zurückgebracht. Wer ist das? Wie heißt das? Der summat nichts von mir aus showing? Ich bin der Papa. Ich redeme ihm zurück auf das Wasser. Echt die Fossil? Wer ist das so? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das so? Wer hat mich zurückgeartment THOMAS nach sie gemacht. Herr sagt es mal. Mykomm, hast du uns euremballom? Faessu Land mir. Wer ang bin. Wir würden leider zurückgeben. Ausgelehnt, ausgeliehen. Oh Gott, das ist nicht gut. Willst du ihn sehen? Du musst uns helfen. Bitte. Ich will sehen, was ich tun kann. Geh mich zu ihm. Oh Gott, Hone. Du wirst alles gut sein. All right, Lee brachte einen Doktor. Okay, schauen wir ihn an. Ich arbeite besser ohne ein Publikum. Ich bin sicher, dass du mehr Dinge von deinem zu tun hast. Weil die Art kann sich schlecht konzentrieren. Was heißt verboten? Ich meine ja nur. Okay, ich muss den Clementine suchen. Okay, dort waren wir im Schlafzimmer. Warte. Clementine, du hörst? Ist das hier? Nee, okay. Okay. Warte. Hier bist du auch nicht. Warte, was gibt's hier? Interessant. Interessanter Ort. Oh ja. Oh ja. Was ich gesehen habe, sie war unten mit deinem Redneck-Frienden und dem College-Kid, der mit ihnen hängt. Warum gehst du dann an sie weg? Ich glaube keine Ahnung, wovon sie redet. Okay. Ich bin nicht interessiert. Ich will nur Clementine finden. Und hier? Clementine? Als ob sie... Als ob sie... Als ob sie Bock hat, äh... Verstecken... äh... Verstecken zu spielen. Okay, ähm... Gibt's hier etwas? Nö... Hier? Auch nicht. Okay. Wir gehen zu der Tür. Okay, ähm... Das war der Tür. Von dem rausgekommen. Mal sehen, ob sie hier ist. Schauen wir hier oben. Clementine? Du da oben? Unwahrscheinlich. Ich meinte, was sollt'n da oben oben machen? Okay. Clem? Clementine? Clementine? Du in hier? Wo ist sie? Sie ist nicht hier, okay. Komisch. Clementine? Okay, Leute. Ich krieg Sorgen. Weil so ein süßes Mädchen zu verlieren ist nicht gut. Clem, du in hier? Okay, ähm... Schauen wir mal das hier. Ah, lieb. Clem's drawings. Aber wo ist sie? Wo er das Kind vergraben hat. Ja, das ist schmerzlich. Aber das heißt nicht, dass... äh... Clem weg ist, oder? Ich glaub... Dort... Geh mir hier. Ah... Ah, nee. Everything okay in there? We're fine. Just... Leave us alone. And let the doctor work. Hoppen wir. Man merkt, wie der Geräusch ist unangenehm. Oh... Hier? Auch nichts. Oh je, Leute, ich krieg Schiss. Wo ist die denn jetzt? Oh Gott, ich krieg Schiss, Leute, wirklich. Alter Schwede. Ist der besorgen? Oh, hey, you made it back. Good job. Good job. What the hell do you think you're doing? What does it look like? Where'd you get the bottle? Found it. You want to throw it out again, like back on the train? Cause I fight better when I'm shitfaced. What the fuck would you think of letting Kenny get like this? Hey man, I tried. But he gave me a look like he was gonna rip my face off. He won't listen to you. You think he was gonna listen to me? Yeah. To hell with you. Getting wasted is not gonna help anyone. Yeah? Well, what is? We are fucked. No, yeah. Molly said there's not a single boat left in Savannah. No way out. We got walkers all around us. That crazy fuck on the radio messing with us. Hell, if now ain't the time for a drink. Hmm. He's too young, Reiko. Also, yeah. There's a lot of people who do that, but he doesn't do that. If he's old enough, he's no matter. But... Damn Defino. Gotta be around here somewhere. Ben, I gave you one job when I left here. Take care of Clementine. Then she shows up out on River Street looking for me. What the hell happened? Hey, don't put all that on me. Omid took a turn for the worse and Krista asked me to help. I'm sorry. I'm doing the best I can here. She was frantic and things got kinda crazy. I told Clementine to stay put. What else could I do? It's okay. I'm not mad at you. I just wanna know where she is. I think she went out to play in the backyard. On her own. With no one watching her? Man, will you get off my back? She's fine out there. She better be on your ass. Okay, she's out there. Clementine? Clementine! But she, I don't see her. Hope that it's not good. I swear to god that it's not good. I swear to god that it's not good. Eh, good. My thing. And here? Not. Okay. That doesn't look good. Bye. And here? Not. And here? Is the crap? No, that's not true. Oh no, that's fine. That doesn't look good. Eat it even though. Is there this here it's? Not yet. No, they don't do. Okay, come on, I swear to god. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht ist die hier hinter dem Busch. Okay, es gibt nur einen Weg in diese Haut. Oh, wir können da hin? Ich habe nicht gesehen. Okay, gut. Okay, wer ist denn das? Walkers? Alter, ich würde schütteln. Oh, Alter Schwede. Oh, was eigentlich Baby. Oh, hey Kleiner. Ich dachte, was hast du drin gemacht? Was hast du drin gemacht? Und was? Oh, mein Gott. Das Boot, von dem sie abhauen wollten. Die hast du gefunden. Unfassbar, oder? Wow, das war noch die ganze Zeit. Wow. Wow. I know, right? Ja, das hat sie gut gemacht. Wir sind doch nicht verloren. Alter Schwede. Kenny erkennt sich richtig gern, wirklich. Eine einzige Rettung ist dieses Boot, um zu entkommen auf diesem grausamen Ort. Hoppen wir. Wie geht's, Omid? Wie geht's dir? Warum brauchst Kenny denn so lange? Omid, ist du okay? So gut wie kann man erwartet, unter den Umständen. Ich habe, was ich für ihn konnte. Okay, das ist gut. Er hat eine wirkliche Infection. Ah. Ja. Das ist richtig. Immer die Schlechten. Let's get the bad news out of the way first. Bad news is, she's not taking us anywhere the shape she's in right now. Gas tanks empty and the battery's dead. Ah. So what's the good news? That's it. That's all she needs. Some gas and a battery. Other than that, she's good to go. Yeah. How are we supposed to get that stuff? Such me in the street. We don't even bleiben. What do we do? We should go back out on the street, see what we could find. Yeah. That's not gonna work. Crawford took everything and brought it inside their walls. They siphoned every gas tank, stripped every battery. There's nothing left out there. You saw that for yourselves. She's right. Well, what about this Crawford place? Sounds like they have everything we need. Maybe we should try there. Now hold on a minute. Surely we have to try? If there are people left in this city who are still alive, who still have supplies, what harm can it do to ask? You don't know these people. I do. You showing up with a wounded man? Might as well put a noose around his neck. They don't exactly welcome children with open arms either. What the hell kind of a place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have. And just how exactly do you figure we do this? Because from what I've heard, that place ain't exactly friendly to outsiders. We're armed and we've got the numbers. I say we just go in there and take what we need by force. Okay, that is literally the dumbest idea I have ever heard. Crawford's like a goddamn military base. They've got hundreds of people in there, armed to the teeth. And not perimeter, guarded day and night. You're gonna have to be smarter than that. Oh, maybe we can be. I know the sewer system that runs beneath Crawford like the back of my hand. You all wouldn't happen to have a map by any chance. Yeah, actually. Okay, that's right. I think they could lead us through so we could pass under the perimeter and right into the center where they keep the supplies. We come up right underneath them, take them by surprise, grab what we need and get out before they even knew what hit them. Okay. That's not bad. That's better. I've thought about it before, just never had the people to do it. But I think if we all work together, we could pull it off. And what do you want in return for all this help you're giving us? Crawford doesn't just have what you need for your boat. They're also well stocked with medical supplies. Medicine that my people could use, just as yours could. We can do this. We have to. So, it's decided then? We're going to Crawford? Anyone else have a problem with this plan? Because we're going to need every one of us to pull this off. Man, I don't know. I don't know about you kid, but I'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting to die. That boat out there is an answer to prayer. Just gotta push a little bit farther. Are you in or out? We should go tonight, under cover of dark. I'll go let my people know. Give you all a chance to prepare. I'll be back before midnight. Be careful. That's how I'm still alive. I told you to stay in your room. How long have you been there? Is it going to be dangerous? Is what gonna be dangerous? Oh, yeah, that's dangerous. Yeah, it's... No, it's not... Yeah, it's... I can't lie to you, Clem. I just don't know. I don't want anyone else to die. I don't want anyone else to die. Really, really. I guess I should go get ready. Oh, say what now? You said you need all of us to do this. And you said I'm a big help. Remember? Yeah. Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Right? Yeah. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Where I'm going, it's just too dangerous. For children especially. You said I'm supposed to always stay close to you. Can't I come with you? Can't I come with you? Can't I come with you? What do we do? Okay. You can come. But you have to promise to stay quiet. And do exactly what you're told the whole time we're there. Okay. Okay. I'm gonna go get ready. Check out what I found in the garage. Hatchet. Hacksaw. Some other tools. Might come in handy on this little break-in. Nice. Kamali's peduca. Talk to you a minute. What's up? I took another look at the boat. She's a 30 footer. Oh. So. So we're gonna have a capacity problem. Boat that size ain't gonna hold more than five people. Even with one of them a kid. Hmm. Me. You. Clem. Krista. Omi. Ben. Molly. Assuming everyone makes it back alive. That's still one too many. Even if we cut Molly loose. Before this is over. Okay. We're gonna have to make a decision. Yeah. Not serious. Look. I'm just saying. If we want the best chance of... Who the hell is this? This is Bree. She can help us. Yeah. The more the better we need. Good. We're gonna need all the help we can get. I was a student at the school where Crawford keeps their supplies. I know the layout. Then what are we waiting for? Let's get moving. Yeah. It is sad that man not too many people trust. Hold up just a sec. You ready? Ready. Whoa. Hold on a minute. You're not taking her with us. Did you not hear anything I said about the kind of place Crawford is? If you take her in there and they find her... You're not leaving her alone in the house with only Omi to protect her? It's just not happening. From what it's worth? I don't think it's a great idea either. She's coming. Deal with it. You heard the man. Let's move out. Yeah. We should. In every price. Oh man Ben. Dein Ernst? Here. I have something for you. Yeah. Really cool. I don't know. I don't know. I don't know. This should be it. We are right underneath the center of Crawford. The old school should be directly above us. Okay people. This is it. Remember the plan. We go in hard. Hit them by surprise. We would need to get the hell out. We need to get the hell out. So everybody stay sharp, stay alert and stay close together. Got it? And that part about staying close, that goes double for you. Yeah. That is for little children very important. So Leute. Ähm. Ich glaube das war das Spiel schon. Ich hoffe es hat euch gefallen. Alter ich will was ein geiler Abenteuer in Kapitel 17. Bin gespannt was auf und auf nächsten. Auf Kapitel 18 erwartet. Danke für das Zuschauen. Ich hab euch gefallen. Ja. Es war nicht zu viel los. Zum Glück. Es waren viele fremde Menschen wie Arch und so weiter dabei. Wenn ich dann kann der Arch etwas für uns tun. Hoppen wir. Ob wir dem Vertrauen dürfen bin ich nicht sicher. Aber. Mal schauen wie der Folge weiter läuft. Ja Leute. Danke für das Zuschauen. Vergeht nicht zu abonnieren. Teilen. 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 Glocken nicht zu aktivieren. Nicht zu vergessen. Kommentieren etwas. Egal was. Und danke für das Zuschauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Beim Jungs. He